Wenn du noch auf der Suche bist nach passenden Büchern für das kommende Jahr, dann habe ich da was für dich. Als Teenager hatte ich wirklich gar keinen Bock auf irgendwelche Bücher, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe sämtliche Bücher abgelehnt, alle anderen Sachen waren viel, viel interessanter und sogar in meinem BWL-Studium habe ich es geschafft, so wenig es geht zu lesen. Kann man kaum glauben, aber mich haben die Bücher einfach, auf Deutsch gesagt, gelangweilt. Mittlerweile verschlinge ich aber Bücher wie am Fließband. Ich versuche jedes Buch zu inhalieren, was mich interessiert. Und logischerweise sind es natürlich jetzt auch Bücher, die mich tatsächlich und auch wirklich interessieren. Überwiegend sind das dann Bücher von erfolgreichen Personalities oder zum Unternehmertum. Und falls dich diese Themen auch interessieren, dann schau dir das Video von Anfang bis Ende an. Ich habe ein paar coole Tipps für dich. Wir starten mit einem absoluten Knaller. Und zwar die Autobiografie namens Total Recall von Arnold Schwarzenegger. Leute, das war wirklich ein super inspirierendes Buch, habe ich im letzten Jahr gelesen. In diesem Buch geht es nicht nur über Arnold Schwarzenegger. Klar, er erzählt seine Geschichte von Kind an, aus Österreich, über München, dann zum Hollywoodstar, dann zum Politiker. Ist super interessant, gar keine Frage. Aber was mich vor allen Dingen inspiriert und auch fasziniert hat, sind seine unternehmerischen Gedanken, seine unternehmerischen Aktivitäten, die er im Laufe der Zeit einfach so gemacht hat. Und das hätte ich ohne diese Autobiografie gar nicht rausbekommen. Deshalb fand ich dieses Buch super interessant. Er erzählt aber auch so ein paar persönliche Dinge aus dem Nähkästchen, wie zum Beispiel die Affäre zu Birgit Nielsen, die er hatte. Oder auch seine Herz-OP. Also all in all wirklich ein sehr inspirierendes und lesenswertes oder hörenswertes Buch. Weiter geht's mit einem New York Times Bestseller von James Clear. Und zwar Atomic Habits. James Clear hat auch die 1% Methode geschrieben, was möglicherweise sogar ein bisschen bekannter ist als Atomic Habits. Die beiden Bücher ähneln sich aber schon sehr, muss man sagen. Worum geht's in diesem Buch? Der sehr, sehr junge James Clear hat Baseballspielen über alles geliebt und beim Baseballspielen gab's einen krassen Unfall. Er hat auf Dude-Deutsch gesagt, den Baseballschläger voll ins Gesicht bekommen. Er hat den so doll ins Gesicht bekommen, dass er daran fast gestorben wäre, ist auf der Intensivstation, lag im Koba und musste dann teilweise nach diesem Unfall grundlegende Dinge neu erlernen. Bei dieser Recovery, bei dieser Regeneration muss man halt immer wieder Step by Step by Step by Step besser werden. Und wie er es dann geschafft hat, diese Regeneration Step by Step zu meistern und halt auch immer besser zu werden, das beschreibt er dann in diesem Buch und gibt auch unfassbar schöne Beispiele, wie so kleine Veränderungen, so kleine Stellschrauben, die man dreht, wie die sich langfristig auf dein Leben auswirken. Und wenn man sich dann nur so kleine Gewohnheiten aneignet und das dann langfristig durchzieht, Leute, ich sag euch eins, da fallt ihr rückwärts zum Stuhl, was da hinten bei herauskommt. Und by the way, Leute, ich habe auch eine Amazon Wishlist erstellt zum Thema Bücher. Bücher, die ich lesenswert finde, die ich selber gelesen habe oder noch lesen möchte, packe ich da einfach mit rein, um die mit euch zu teilen. Schaut da gerne mal vorbei. Weiter geht's mit einem Typen, den ich tatsächlich gerne mal persönlich kennenlernen würde, weil er, so wie es aus dem Buch hervorgeht, auf jeden Fall ganz weit Nagel im Kopf drin stecken hat. Und zwar der Bobby D. Kaiser. Bobby D. Kaiser, das Buch Unverkäuflich, beschreibt so ein bisschen seine persönliche Geschichte, seine unternehmerische Geschichte. Eigentlich auch ein Stück weit so eine Art Biografie, kann man sagen, mit allen Höhen und Tiefen, die es da so gibt. Der Bobby D. Kaiser beschließt einfach als junger Bub, du, ich breche jetzt mal die Schule ab und ich werde Fußballprofi. Hätte von mir kommen können. Er hat gesagt, getan, er hat die Schule abgebrochen, ist dann auch wirklich Fußballprofi beim FC Bayern geworden, stand dann im Tor beim FC Bayern, chillt dann mit Klaus Augenthaler zusammen im Müdungsbecken und rätselt noch darüber, ob er einen Vertrag riecht oder nicht. Er hat den Vertrag bekommen. Dann zieht es ihn vom Profifußball weg, auch aufgrund von einer Verletzung. Und dann wird er Unternehmer. Und dann baut er tatsächlich ein Unternehmen auf, was über tausende Mitarbeiter hat und Luxusgartenmöbel verkauft. Wahnsinn, was für eine Story dahinter steckt. Ich fand es super faszinierend. Ich finde solche Unternehmer-Stories sowieso immer relativ interessant, weil wenn man dann den Weg so sieht, wie man von A nach B gekommen ist, ja, einfach nur Wahnsinn. Man muss so dem Buch sagen, ein wirklich geiler Mix aus Fußball und Unternehmertum. Und wenn dich beides interessiert, dann solltest du das Buch auf jeden Fall lesen. Weiter geht es mit einem New York Times Bestseller und zwar von Bill Burnett namens Designing Your Life. Ein megamäßiges Buch, muss ich sagen. In dem Buch geht es darum, wie man sein eigenes Leben designt. Um es in anderen Worten auszudrücken, wenn du zum Beispiel einen Architekten beauftragst, der dein Haus designen soll oder planen soll, dann hat der ein Stück weit eine andere Art von Denken. Ein Design-Denken. Und dieses Design-Denken sollst du dann auf dein Leben anwenden. Also es wird erklärt, wie du dieses Design-Denken auf dein Leben anwendest. Mit praktischen Beispielen erklärt, super interessant. Ich habe das zum aktuellen Zeitpunkt leider nur gehört. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall nochmal schriftlich durcharbeiten, weil es wirklich super interessant ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich dieses Buch auf jeden Fall nochmal durcharbeiten muss, damit einfach die Dinge, die in diesem Buch erklärt werden, einfach mehr in Fleisch und Blut übergehen. Denn jeder von uns hat mal so eine Situation, wo er vielleicht nicht weiß, wo es im Leben hingeht. Zum Beispiel nach dem Abitur, was soll ich machen? Soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Oder vielleicht beim Jobwechsel soll ich den Job nehmen oder den Job nehmen? Oder was auch immer. Und immer, wenn du in solche Situationen gerätst, da musst du irgendwie deinen Kompass nochmal neu ausrichten. Und wenn du so eine Situation gerade hast, dann schau in die Infobox, dann ist das Buch genau das Richtige für dich. Next one. Happy, Sexy, Millionär von Stephen Bartlett. Ein junger, schwarzer, unsicherer Studienabbrecher, der mit 25 Jahren unbedingt zwanghaft Millionär werden möchte. Und was passiert? Er ist mit 25 Jahren nicht Millionär, sondern tatsächlich millionenschwer. Verkauft sein 300 Millionen bewertetes Unternehmen für ganz schön viel Asche und merkt dann, dass sein Leben doch nicht so verfüllt ist. Alright Leute, falls euch jetzt jemand einfällt, der einfach zu viel auf TikTok oder Instagram unterwegs ist und der einfach endlich mal wieder ein Buch lesen sollte, dann teilt liebend gerne dieses Video mit dieser Person. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch ein bisschen Inspiration liefern kann, was das Thema Bücher angeht oder vielleicht euch sogar dazu inspirieren kann, mal wieder ein Buch zu lesen. Und falls ihr vielleicht noch ein Buch für mich habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich schaue da auf jeden Fall rein. Ich bin gespannt, was ihr schreiben werdet und wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Bücherlesen oder Hören.